Das sind die Edmagee. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Oh, hey! Hallo, liebe Kinder. Heute Nacht ist Halloween. Überall sind gruselige Sachen. Heute Nacht gehe ich nicht raus. Nein, heute gehe ich nicht mehr raus. Oh, hey, hört mal. Was ist das? Oh, Eiscreme! Yeah! Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme! Schrei Heim! Du, was, Steve? Oh, Halloween ist doch gruselig, oder, Kinder? Hi, Steve! Oh, Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Na los, Steve! Ich brauche deine Hilfe für Halloween! Dabrakadabra! Was? Yeah! Der doof ist tief! Der schreit doch alles an! Oh, hey! Wo bin ich? Du bist in meinem Schreiwagen! Oh, das ist Maggie's Schreiwagen! Haha, ja! Ich schreie, du schreist, wir alle schreien für Eiscreme! Hey, hey! Ja! Also los! Und denkt dran, schreit ganz laut, wenn ihr Halloween-Monster seht! Monster? Monster? Oh, ho, ho, ho! Kommt mit, liebe Kinder! Hey, das wird bestimmt lustig! Haha! Das ist Maggies Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Wow! Was ist das? Das ist ein Vampir! Stopp! Gut gemacht! Ach nein, Maggie! Fahr weiter! Yay! Da ist noch einer! Und noch ein Vampir! So viele Vampire! Ja! Die sind hier für ihr Eis mit einer blutroten Soße! Was? Blutroten Soße? Genau! Auf zur Arbeit, Steve! Die Vampire sind trockig! Nehm eine Waffel, füll sie mit Eiscreme! Die ist Soße drauf! Genau! Die ist Soße drauf? Blutroten Soße! Hey, warte mal! Das riecht nach Himbeere! Mh, das ist Himbeere! Ich glaube, diese Vampire sind echt hungrig! Los, an die Arbeit! Oh! He he! Eiscreme! Ja! Und jetzt die Soße! Juhu! Sie sind hungrig, Steve! Weiter so! Schneller! Schneller! Mehr Eiscreme! Mehr Soße! Yeah! Mach weiter! Uh! Okay! Alle Vampire sind weg, Maggie! Ja! Gut gemacht! Legen wir los! Oh! Und denk dran! Schrei, wenn du Monster siehst! Uh! Die Monster! Das ist Maggies Schreiewagen! Wenn ich schrei, schreist du! Mit Maggie Magpie Schreiewagen! Macht Halloween Spaß! Was? Ein Zombie! Genau! Auf geht's! Weiterschreien! Was? Ah! Da ist einer! Ah! Noch einer! Ja! Ha! Yay! Yeah! Maggie! Das sind so viele Zombies! Yay! Gut gemacht, Steve! Die Zombies sind für ihr Eis mit Fingern gekommen! Was? Finger? Wirklich? Wirklich? Sicher nicht, nein! Hoho! Schokofinger! Yeah! Die sind aber lecker, oder? Yay! Hm! Hoho! Steve! An die Arbeit! Okay, Maggie! Los geht's! Yay! Hier gibt's ein Gratis-Eis! Mach schon! Tu es! Ja! Super! Hey, dein Geschrei hat wirklich geholfen! Was, Maggie? Mein Geschrei hat geholfen? Das ist toll! Weiter so! Okay, los geht's! Hey! Und schrei, wenn du Monster siehst! Das ist Maggies Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Ah! Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Okay! Wir sind da! Stopp! Haha! Oh, sorry, Maggie! Aber ich kann gar keine Halloween-Monster hier sehen! Weil du erst schreien musst! Was, Maggie? Ein Skelett! Genau! Gut gemacht! Weitermachen, Steve! Weitermachen! Okay, ähm... Ein Skelett! Ja! Noch eins! Noch eins! Ja! Super! Ja! Wow! Also, Maggie! Welche Eissorte mögen die Skelette am liebsten? Oh! Schoko-Eis mit Knorpelknochen! Knorpelknochen? Genau! Knorpelknochen? Oh! Soll ich mal probieren, Kinder? Ja? Äh, okay! Hm! Hohoho! Das ist Popcorn! Haha! Yeah! Oh, Steve! An die Arbeit! Okay! An die Arbeit! Hihi! Oh, Maggie! Dieses Halloween ist super, oder? Das ist mal ein Spaß zu schreien! Wow! Oh! Hey! Haha! Los, Maggie! Auf geht's! Ja! Das ist Maggies Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Ah! Haha! Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Haha! Oh! Nicht dieses Mal! Oh! Nein, nein, nein! Oh, lecker! Hey! Mein Eis! Hey! Ho! Du freches, freches Skelett! Haha! Also, liebe Kinder, ich glaube, wir müssen nun für unser Eis schreien! Ja! Ihr könnt mit mir schreien! Na los! Eins, zwei, drei! Oh! Hahaha! Yay! Hahaha! Oh, Steve! Hihihihi! Wow! Gut geschrien! Ja! Okay! Die Hexen sind für ihr Eis mit Spinnen gekommen! Mit Spinnen? Hihihihi! Genau! Mit Spinnen? Oh! Hahaha! Chiläe! Mmmh! Die sind lecker! Okay! An die Arbeit! Yay! Los geht's! So, alle Hexen haben jetzt ihr Eis. Was ist das, Maggie? Das heißt, dass nur noch ein Eis in der Maschine übrig geblieben ist. Hier, für dich! Oh, ein Eis für mich? Yeah! Also, ich bekomme ein Eis mit viel von der blutroten Himbeersauce. Oh ja, Schokoladenfinger. Viel von dem Knorbelknochen-Popcorn. Und eine Gelee-Spinne obendrauf. Das sieht lecker aus. Yeah! Na los, Steve! Was, Maggie? Los geht's! Das ist Maggie! Also, alle zusammen, Kinder! Du frecher, frecher Vogel! Schönes Halloween an alle! Hey, Luis! Oh, Mann!